Hallo und willkommen zu diesem kleinen Erklärvideo über Modalverben. Hier geht es um das Modalverb DÜRFEN oder NICHT DÜRFEN. Ein kleines Beispiel. Darf ich hier parken? Nein, hier darfst du nicht parken, das ist verboten. Darf, dürfen, was denn nun? Hier seht ihr einmal alle Formen von DÜRFEN. Ich darf, du darfst, er, sie darf, wir dürfen, ihr dürft und sie dürfen. Was macht dieser Mann? Genau, er raucht eine Zigarette. Aber wo darf man heute in Deutschland noch rauchen? Wo darf man rauchen? Wo ist es erlaubt zu rauchen? Draußen im Park oder drinnen in der Wohnung, zu Hause? Und wo darf man nicht rauchen? Wo ist es verboten zu rauchen? Im Flugzeug, drinnen im Restaurant oder auch an der Tankstelle. Und jetzt ihr, was darf man hier machen? Hier darf man spielen. Hier darf man grillen. Hier darf man zelten. Und was darf man hier nicht machen? Hier darf man nicht Fahrrad fahren. Hier darf man nicht fotografieren. Hier darf man nicht rauchen. Tschüß! Sie braucht man zuerst. Hier darf man nicht aufschreiben. Hier darf man nicht drauffahren. Hier darf man nicht aussehen. Hier darf man nicht auf der Seite.